Giuseppe Ottavio Pitoni war ein italienischer Komponist des Barock-Leben. Als Fünfjähriger begann Pitoni mit ersten musikalischen Studien in Rom. Mit acht Jahren war er Chorsänger an der Kirche S. Giovanni di Fiorentini, später an S.S. Apostoli. Zu seinen Lehrern zählte Francesco Foggia. 1673 wurde er Kapellmeister in Monte Rotondo und ab 1674 in Assisi. Dort begann er sich in das Studium der Werke Palestrina zu vertiefen und war ein Jahr später an die Collegiatskirche von S. Marco in Rom, wo er bis zu seinem Tode wirkte. Zeitgleich war er auch noch in mehreren anderen Kirchen Roms tätig, so ab 1686 an S. Apollinare, der Kirche des Collegium Germanicum, von 1692 als Organist und ab 1696 als Kapellmeister in S. Lorenzo in Damassos, von 1708 bis 1719 in S. Giovanni in Letrano, dann an der Cappella Giulia in S. Peter. Von 1696 bis 1731 war er auch in Diensten des Kardinals Pietro Ottoboni. 1709 lehnte er ein Angebot als Nachfolger von Alessandro Scalati als Kapellmeister an S. Maria Maggiore ab. Zu seinen namhaftesten Schülern zählen Leonardo Leo, Francesco Feo, Francesco Antonio Bonpotti, Girolamo Citti, Antonio Teixeira und Francesco Durante. Pietro Ottoboni trat als Autor zahlreicher musiktheoretischer Schriften hervor. Er unterhielt in seinen letzten Lebensjahren einen regen Briefwechsel mit dem in Bologna wirkenden Padre Martini. Werke Pietro Ottoboni war ein äußerst produktiver Komponist, er hinterließ mehr als 3500 Sakralkompositionen, vielfach im Stile Palestrinas. Zahlreiche Handschriften Pietro Ottoboni befinden sich in der Santini-Sammlung der Diözesan-Bibliothek Münster. Von seinen Instrumentalwerken sind nur einige wenige erhalten. Musik 278 Messen 221 Intuitus 231 Graduale 211 Ophiatorien 637 Antiphone 255 Hymnen 789 Psalmen 236 Motetten 24 Lamentos 24 Responsorien 37 Litaneien Musiktheoretische Schriften Guide der Harmonika Eine feximile Ausgabe nach einem Exemplar aus dem Besitz des Padre Martini erschien 1990 ISBN 887096-0080. Regole di Contrapunto Notizia di Contrapuntis T.E. Compositori di Musica D'Agli Ani De Lira Cristiana 1000 Finual 1700 Agui unter alle Regole di Contrapunto di Giulio Belli ito Ani h! Vielen Dank.